Herzlich willkommen bei den Möbelmachern. Ich möchte Ihnen heute den neuen Konfigurator von JORI vorstellen. Sie kommen zum Beispiel über die Möbelmacherseite, hier die Möbelmacher.de, über die Produkte, über das Wohnräume, dann zum Wohnzimmer und klicken da auf JORI Polstermöbel. Und da haben Sie bereits hier unten direkt den Link zum Konfigurator. Da klicken Sie drauf, dann müssen Sie ihn hier kurz starten und schwuppig können Sie auswählen, ob Sie Relax-Sessel oder Sofas aussuchen. Beim ersten Mal braucht es ein bisschen länger und jetzt kann man schon zwischen Relax und Sofas auswählen. Wir gehen auf Sofas und das Modell Tigra. Jetzt kann ich hier wählen zwischen Ecksofas, Anbausofas, normalen Sofas. Ich schnappe mir mal ein Ecksofa in der Ausführung rechts. Dann haben wir jetzt hier noch Platz für ein Anbausofa. Da füge ich ein Element hinzu und das Anbausofa finden wir hier. Und das muss jetzt dieses hier sein, in 1,80 Meter zum Beispiel. Das hat jetzt natürlich noch die falsche Ausrichtung. Das drehen wir jetzt ein paar Mal und dann schieben wir es einfach da ran, wo wir es brauchen. So. Genau. Jetzt kann ich es mir immer noch anschauen. So, anschauen. Auch die Gesamtmaße, die der Raum braucht, werden hier angezeigt. Und jetzt kann ich weitergehen und wähle das Leder aus. Wir wollen natürlich ein offenporiges Leder, das Lotilla, zum Beispiel in Cappuccino oder lieber Lilla oder Mango. Sie sehen hier bereits den Kaufpreis. Das ist eine schöne gerade Summe. Jetzt wollen wir noch nicht feste Armlehnen, sondern verstellbare Armlehnen. Dann schauen wir mal, ob die sich jetzt auch schon bewegen. Ah ja, jetzt bewegen sie sich. Also alles, was hier beweglich ist, können wir zeigen. Und jetzt, wenn man auf Weiter klickt, dann kann man noch die Höhe der Armlehnen entscheiden. Ich wähle mal die hohen und jetzt brauchen wir noch die Füße. Die haben wir in Schwarz-Chrom, in Chrom-Hochglanz oder in Chrom-Matt. Wir nehmen mal ein Matt. Die Kopfkissen ist noch ganz schön. Davon sollte man zwei haben. Und wir sehen, unten wird es immer angezeigt, was da noch dazu kommt. Den Bezug der Kissen, den lassen wir jetzt mal. Das ist alles wunderbar. Wenn man noch ein dekoratives Kissen sich dazu raussuchen will, das mag ich immer ganz gern. Dann macht man das einfach so. Und dann geht man weiter. Und jetzt ist hier die komplette Zusammenstellung. Elemente, Exsofa und so weiter. Und das kann man sich jetzt entweder herunterladen einfach als PDF-Datei. Hier können Sie sich das Ganze dann als Mail schicken lassen. Dann haben Sie alle Daten zusammen und mit denen können Sie dann wieder zu uns kommen. Und dann muss man das Probesitzen. Das ist eigentlich das Wichtigste. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.